Hallo meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nase Log hier mit mir auf unserem YouTube-Kanal. Und wir haben die letzte Folge mit Wasser begonnen, das unsere Füße umspült hat. Und das ist jetzt dieses Mal wieder so. Nur dieses Mal stehen wir Angesicht zu Angesicht gegenüber dem Arenaleiter von Anemonia City. Wie heißt der Faustus heißt der nicht? Hardwick heißt er mit dem Faustorten. Und ich habe Angst, ich gebe es ganz ehrlich zu. Es wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt ein Wipeout bekommen, weil dann ist die Folge fünf Minuten lang. Dann wäre es halt so. Die, sagen wir mal so, die safere Variante wäre jetzt zu sagen, okay, wir trainieren jetzt alle unsere Pokémon auf Teufel komm raus bis auf Level 40. Und was ist dann? Nebomuk, was sagst du dazu? Film war nicht doof, die Idee, oder? Ich glaube, wir, das ist, ach nee, jetzt fällt mir gerade auf, das, ja, ich wollte jetzt gerade nochmal in den Supermarkt. Die haben hier gar keinen Supermarkt. Okay, dann muss es mit dem gehen, was wir haben. Ähm. Ich glaube, wir schaffen es. Wir sind mit all unseren Pokémon, fast all unseren Pokémon auf Level 35. Ich glaube, er hat so etwa Level 30 Pokémon. Wir sollten damit umgehen können. Es sei denn, es ist jetzt ein Giratina, ein Despotar und ein whatever. Ähm. So. Wir tun's jetzt. Achso, ich hab den Scheiß wieder ausgest... Entschuldigung, ich dachte, das bleibt jetzt aus. Liegt es jedes Mal wieder runter, wenn ich da rausgehe, oder was? Was ist das denn? Ich war jetzt schon so drin. Gott. Es ist auch lustig, dass die alle exakt gleich aussehen, die Trainer. Wuh! Look! Dieser unerbittliche Druck der Wassermassen, die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf meiner Haut niederregnen. Dieses unbeschreit... Hey, Moment mal! Du kannst doch nicht einfach so den Wasserfluss stoppen und mich vor meinem Training stören. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin wirklich harter Brocken. Sieben Tage in der Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stehle mich. Was sagst du da? Das macht meine Pokémon auch nicht stärker. Da hast du natürlich nicht Unrecht. Egal, jetzt lass uns endlich kämpfen. Hartwig der Gute. Zwei! Uh, das heißt, die sind sehr stark. Oh, es ist ein Groenck. Ein Level 29 Groenck. Okay, damit können wir, glaube ich, noch umgehen. We can handle this. Ja, ganz entspannt. Oder? Ja, entspannt. Komm. Wenn der muss jetzt schon viel beim nächsten Mal passieren, damit wir, also beim nächsten Pokémon, dass wir das jetzt hier nicht mehr schaffen. Witzig, ne? Wenn man zweimal das gleiche macht, kommt auch zweimal das gleiche Ergebnis. Das ist immer wieder beeindruckend. Alles klar. Groenck. Check. Obra! Okay, ja gut. Das ist ja nun doch durchaus machbar, würde ich sagen. Ich hab mir wirklich in die Hosen gemacht. Ich bin ehrlich, ich hab echt in die Hosen gemacht. Aber wir hatten Glück, wenn es, das hätte auch alles anders aussehen können. Wenn das jetzt hier irgendwie ein bisschen anders, ja, verteilt gewesen wäre. Gut. Ja, war wohl kein Wipeout. Ich, ich gebe auf. Du gewinnst. Wie konnte ich das, wie kann das bloß passieren, du hast gewonnen. Na gut. Damit hast du dir den Faustordn verdient. Da ist er! Wuhu! Wir sind jetzt auf die andere Seite. Rübergewandert. Falls sich jemand mal gefragt hat, wie ich das lösen möchte, war eigentlich ziemlich klar, oder? Der Faustordn erlaubt es dir, mit Hilfe der Attacke fliegen in Orte zu düsen, die du bereits besucht hast. Und wo ich schon mal dabei bin, kann ich dir eigentlich auch das hier geben. Die erste TM, die allererste, die ihnen eingefallen ist. Die Attacke Powerpunch. Nimm deinen Pokémon Schaden, bevor es angreift, verlierst du damit die Chance auf einen Angriff. Gelingt es ihm aber, einen Treffer zu landen, erzeugt diese attaktische unglaubliche Kräfte in ihm. Ja, das sind alles immer so Dinge, da willst du eigentlich, das willst du gar nicht, ne? Du hast den Orden von Anamonia City. Gut, dann will ich dir diese VM schenken. VM 2 erhalten. Ich verstaue sie in meiner Tasche. Wenn du einem deiner Pokémon die Attacke fliegen beibringst, kannst du sofort in jede beliebige Stadt düsen, die du bisher besucht hast. Check. Jackpot. Endlich fliegen, ey. Wir können endlich Kurt besuchen. Unsere Bella, die er wirklich seit einem halben Jahr oder so auf der Kante hat, die er für uns angefertigt hat, können wir jetzt endlich abholen. Das ist krass. Das ist einfach krass. Dass wir das noch erleben dürfen. Ich schau mal, ich hab grad ein bisschen Angst, dass es keines meiner Pokémon lernen kann. Wir schauen es uns mal an. Ja, bitte. Das kann keines meiner Pokémon lernen. Dann müssen wir jetzt irgendjemanden aus dem Dings holen, der es kann. Dann müssen wir den immer wieder austauschen. Naja, nicht so nice. Wer kann denn hier von euch fliegen? Smetbo kann bestimmt fliegen, oder? Ansonsten wird es echt schwierig. Wie du fliehst vielleicht noch. Es ist mir immer leid, seelenlos rausnehmen zu müssen, aber irgendwie. So. Jetzt bringen wir dem schnell fliegen bei. Und dann ist das... Andere Leute nennen das VM-Sklaven. Das sind die, wo sie einfach alles immer raufhauen. Aber ich bin doch eher ein Freund davon, die dann... ...zure Verfügung zu haben, wenn man sie braucht. Weil wenn du immer wieder dann zurückgehen musst, um es extra zu holen... We... What the fuck? Honigsumse kann... ...au nicht fliegen? Wieso kann ein Schmetterling nicht fliegen? Es ist wirklich... Ich laufe es nicht. Wenn wir Pech haben, kann es kein Pokémon. Ich versuche es mal, wenn du fliebst. Das wäre jetzt so... ...mein nächstgelegener Call. Ich gehe jetzt einfach mal nicht raus, um das zu lernen. Das wäre vielleicht... ...intelligent. Scheiße. Scheiße, Mann. Ach, ich habe es auch mal falsch gemacht. Eine Petition dafür, Pokémon bewegen, auf erste Stelle zu setzen. Ich hätte safe gedacht, dass es, ähm... ...seelenlos lernen kann. Irgendjemanden, der jetzt den Typ Flug hat. Gar nicht, ne? Nicht mal... Obwohl, es gibt Leute... Doch, ja! Smetbo! Es gibt Leute, die sagen, es ist in Ordnung, im Nasslock auch Toten-Pokémon, das beizubringen. Ich kann auch mal kurz vielleicht nachschauen, vielleicht geht es schneller. Äh, durch TM, für die Generation. Ich will die TMs. Okay, ich hätte jetzt noch gedacht, zur Pose vielleicht, aber nein. Wie wäre es mit Magnetilo? Durch TM. Wer kann denn bitte fliegen lernen? Hier? Durch VM2. Welche Generationen hat Gold und Silver? What the fuck? Okay. Ja, es sieht nicht gut aus. Ich habe mich so drauf gefreut, einfach. Ich habe mich so drauf gefreut und das ist einfach nicht möglich. Erben niemanden? Ne, von denen bestimmt auch nicht. Keins unserer Pokémon kann fliegen lernen. Kann ich mir irgendwie nur in einem Pokémon... Ja, Dragoran kann fliegen lernen. Aber da müssen wir noch ein bisschen dran stricken. Mit Level, was ist das? 55. Wir können jetzt bis Level 55 warten. Dann kann ein Pokémon von uns fliegen. Ich brich zusammen, ey. Können wir uns irgendein Pokémon fangen? Einfach nur, dass es Fliegen einsetzt? Ganz gemeine Frage. Ich muss sagen, ich finde jetzt aber auch die, die es insgesamt lernen können, das ist eine verdammt kurze Liste. Das kann doch nicht sein. Dass so wenig Pokémon das nur lernen können. Denn die sind doch alles aus späteren Generationen erst und so. Das macht doch keinen Sinn irgendwie. Das scheint mir viel zu wenig. Vm2. Steht nicht, welches Pokémon es lernen kann. Also ich finde, jedes Pokémon, was vom Typ Flug ist, sollte es auch lernen können. Period. Smetpo vorne weg. Renoflibis ist auch offensichtlich somehow ein bisschen fliegend. Nicht mal Bibor. Ihr seht mich wirklich, äh, völlig, wie sagt man, völlig desillusioniert. Nicht mal Bibor kann das lernen. Boah, das ist eine Scheiße. Also wirklich. Ja, kann man nichts machen jetzt. Müssen wir den ganzen Drecksweg wieder zurücklaufen. Oder Dragoran, also Dragonee sehr schnell auf Level 55 kriegen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Ich dreh durch. Das ist echt demotivierend. Das ist halt Nasslock, ne? Auch wenn ich bei der Liste jetzt nicht, na, okay, da wäre schon noch was gegangen. Da wären so diese klassischen Start-Pokémon da. Zubat zum Beispiel. Taupsi. Alles, was mit Taupsi zu tun hat. Staralili. ganz im Ernst, mir wäre nicht klar, welches Pokémon jetzt hier ganz einfach lockerflockig im normalen Spielverlauf dann fliegen lernen kann. Ich bin jetzt schlecht drauf. Mann. Das hat so gut angefangen, die Folge. Mit dem Arena-Leiter. Und du? Großes Unwohlsein. Ich habe Angst, ob der Absorber kann, aber kann der nicht. Con Gonyx kann der. So, wieder Route 40. Wir sind fast da. Es ist nicht weit. Ich hätte so gerne Kirlia gehabt. Und was haben wir stattdessen gefangen? Ein Forstelker. Ein Forstelker. Spirelli wenigstens performt nicht gut. Haben wir uns hier am Strand umgeguckt? Haben wir offensichtlich. Oder es gab einfach nichts, also brauchten wir uns nicht umsehen. Es ist wirklich eigentlich eine extrem krasse Stelle. Wir können jetzt eigentlich dieses Pokémon-Heine können wir exakt direkt noch in dieser Folge in die nächste Arena reingehen. Es ist wirklich speziell. Weil es kommt jetzt als nächstes der Stahl-Orden der Reihenfolge nach. Und dann kommt der Eis-Orden und dann ist immer schon fast durch. Also falls sich mal jemand gefragt hat, wir spielen natürlich auch noch Kanto. Wir machen jetzt hier nicht Schluss nach Joto. Zumindest ist das der Plan. Boah, ich fähig Kohle. Und da sind die Überwelle. Machen wir mal 15. Nicht zu viel, das ist schon die Hälfte unseres Geldes. Und wir wissen ja, so viele Pokémon kommen gar nicht mehr auf uns zu. also... Hypertränke sind wir eigentlich noch ein bisschen zu schwach. Also sind wir ziemlich viel zu schwach. Aber ich will es schon mal anlegen für später. Wir werden ja für die Top 4 einige brauchen. Denke ich mal. Ja, es ist schon gut, wenn man was hat. Boah, ich bin wirklich jetzt schlecht drauf. Das hat meine ganze Stimmung verhagelt. Der Mist. Nächste halte Lichtkuppel. Dafür, dass wir so lange gelaufen sind, ging das ganz schön fix. Und die Lichtkuppel ist ganz schön dunkel. Kann Amphi mit dieser Medizin geheilt werden? Ich bereiche ihr den Geheimtrank. Nimm das... Nimm mir das bitte nicht übel, ja? Amphi lässt sich bloß von niemand anderem als mir füttern. Wie geht's dir jetzt, Amphi? Amphi, Amphi! Oh, es explodiert. Oh, so ein Glück. Es hat wirklich geklappt. Ich bin dir so dankbar. Es ist alles dein verdient. Es ist in Ordnung. Ich gehe jetzt zurück in die Arena. Ich dachte, sie gibt mir jetzt den Orten einfach. Ich wollte da nicht runtergehen. Man kommt da auch gar nicht runter. Man muss da irgendwie so runterhüpfen. Das klappt gar nicht. Meines Wissens nach. Kommst du den Weg da gar nicht wieder runter? Nächster Halt. Erdgeschoss. Sehenst du ins Bett? Bitteschön. Dankeschön. Mit freundlichen Grüßen. Baobar. Hallo, Anton. Ich bin's Baobar. Entschuldige, dass ich dich hier warten lassen. Es ist endlich eröffnet, weißt du? Die Safari-Zone. Du kennst doch das in den Felskern und Torn an Amory City, oder? Wenn du doch durchgehst, da reichst du nach einer Weile die Safari-Zone. Es liegt nicht gerade auf dem Weg, aber schau unbedingt mal vorbei. Ey, gerade wo ich wieder zurück bin, ne? So ein Bockmist. Aber eigentlich müssten wir es jetzt noch machen. Ich glaube, wir können erstmal ein Pokémon da noch fangen. Oder zwei. Und wir müssen halt echt trinieren. Wir müssen eigentlich über Level 40 die Pokémon kriegen. Da ist dann nämlich Rutsche 47 und 48. Zwei neue Pokémon, die potenziell fliegen können. Potenzielle Flug-Pokémon. Aber die Kampfzone ist nochmal was anderes, ja. Möchte ich die Surfer einsetzen. Es war so schön. Wir machen es direkt nochmal. Wir wollen ja auch nicht, dass unser Server-Pokémon aus der Übung kommt, ne? Chirnia! Chau, die gehen nicht so schnell, werden sie groß. 35 schon. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Gut schon. Oh, ein Blutzock. Ein Volltreffer. Hui. Oh, ey, wirklich der Letzte. Pummeluf. Pummeluf. Alles klar. So schnell ging das. Also. Wir sind jetzt im Felsklippentor. Hey du, hör mal kurz zu. Hier hinten gibt es einen sehr, sehr spannenden Ort. Die Safari-Zone. Du sollst sollte Pokémon in Hülle und Full ein regelrechtes Paradies. Ist gar nicht weit. Wenn du dort hochgehst, bist du sofort da, ne? Schaust du mal vorbei? Schau mal vorbei. Wunderbar, ist wirklich nicht weit. Nimm die Treppe und verlass die Hülle. Dann bist du schon fast da. Einmal noch kraxeln, wenn du möchtest. Wollen wir aber nicht. Route 47. Ich trage sie ein. Auf meiner tollen Routenliste. Ich hoffe, dass man überhaupt ein Pokémon fangen kann. Es kann sein, dass es gar kein Feld gibt dafür. Du kommst goldrichtig. Ich war gerade dabei, mich ein wenig einsam zu fühlen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Also los. Also los. Voltovolve. Ach, das wird Alpha Fun mit den was von Weg. Weg Intensitäten, wie ich ihm muss ich schon sagen. Da bleibt kein Auge trocken. Flämli. Echt nicht so wichtig. Ah, es ist nicht cute. Es ist cute. Aber Level 20 nur? Also 19? Aufgerundet Level 20? Ich habe das Gefühl, die verschwendet meine Zeit, ihr Herrschaften. Skunkapoo. Skunkapoo. Alle Level 35 bis auf 5 Frisur, der ist ja immer der Überflieger. Der muss ja immer besser sein als alle anderen. Man kennt so Leute im echten Leben. Wie du warst schon in Thailand. Ich habe ja schon eine Weltreise gemacht. Wie du hast eine 1,1. Ich habe natürlich eine 1,0 bekommen. Ah. Muhahaha. Gibt es so häufig Leute, die Muhahaha machen in dem Spiel. Ich finde es merkwürdig. To be honest. Direkt reingelaufen. Wir haben es nicht so mit Menschenmengen und zählen daher lieber im Freien. Geht es dir etwa genauso? Wer ist wie Plura Majestatis oder was ist jetzt hier los? Oder wie hier du und deine Pokémon? Ambi-Diffel. Was ist so richtig Spaßkanone? Geil. Nur weil der Andi produziert ist, musst du nicht weniger intensitätisch zuschlagen. Oh nein. Ein Erstauner. Ich bin zurückgeschreckt. Oh, jetzt kommt die Kratz-Furie. Oh, 6 pro Ding. Das kann sich mathematisch zu einer sehr hohen Summe an KP zusammen addieren. Aber wir haben es gerade noch geschafft. 800. Wow. Driftlon. Driftlon. Das ist ein Geist-Pokémon. offensichtlich. Wir wissen, Geist ist effektiv gegen Geist. Und wir sind ja offensichtlich stärker. Level 35. Also sollte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Da eigentlich ist seelenlos mit Erzwinge auch echt MVP. Wenn du da so ein Pokémon mit Drachengut oder so hast. Finalschlag verletzt seelenlos. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Donatello, ey. Geh mal tiefer in den Berg und kommen die wieder raus. Gifttafel. Ja, das ist leider ein bisschen unnütz. Da ganz unten ist ein verstecktes Item. Ganz unten. Felschen und Höhle. Wenn du in einer Höhle auf eine Wege abgelungen stößt, ist einer der beiden Wege meist der richtige und der andere Ende deiner Sackgasse. Aber bevor wir nicht beide Richtungen ausprobiert haben, finden wir Menschen einfach keine Ruhe. Für welche Leiter entscheidest du dich? Für die nach oben führt oder für die, die nach unten führt? Erstmal fangen wir ein Pokémon, ne? Wie heißt es? Okay. Alles klar. Okay. Gut. Haben wir es auch nochmal geschafft, einen Legendary hier zu fangen oder was? Ich wollte nur nochmal gucken. Felsenhöhle. Felshöhle? Felshöhle. Nee. Wie heißt der Ort hier? Jotu. Mann, wie schreibt man das denn? Hey, ist das eine Kackscheiße. Ja, ich will Jotu. Danke. Fels, Klippentor. Fels, Herzturm? Nee. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn hin? Entschuldigung, Darker, das ist voll disrospekt, ich weiß, aber M.S. Aqua. Entschuldigung, kurz abgeschweift, Strudelinsel. Nee. Animeung, Mangler, exklusiv. Drachenhöhle, dunkle Eisport, Felsen, Klippentor, Fels, Schlund, Höhle. Felsschlundhöhle. Wir sind in der Felsschlundhöhle. Das ist ein neuer Ort, das ist alles in Ordnung. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich wusste nur nicht, was ich in meine Liste eintragen soll. Jetzt weiß ich's. Habe ich ein bisschen Angst mit dem Pokémon jetzt? Ja, vielleicht. Felsschlundhöhle. Da. Bye. Ich trage es schon mal ein, ob es gefangen ist oder nicht, würde ich dann nachher dazufügen. Es ist ein Unlichtpunkt. Und wir wollen es nicht zu doll ankratzen. Nur so ein bisschen. Yay. Scheiße. Hätte das Fliegen lernen können. Mist. Felsschlundhöhle gesperrt. Ja, aber wir hätten Darkrai glaube ich sowieso nicht eingesetzt, to be honest. Der hätte irgendwie mit Level 57 Dunkelnebel gelernt oder was. Also das wäre alles nix gewesen. Das ist falsche Generation, aber ja, der hätte Finte gelernt und keine Ahnung. Es gibt dann auch manchmal so, ich will das Spiel nicht speichern, es gibt dann auch so manchmal Pokémon, die sind einfach nur Prestige. Die willst du nicht haben, weil die besonders gut sind oder so. Es ist ja einfach nur Prestige. Und wir brauchen sowas nicht. Wir definieren uns nicht darüber, dass da irgendwelche krassen, krassen, also ihr wisst schon, Legendaries bei uns im Team sind. Solange hier keiner drauf geht, wird das Team sowieso so bleiben, wie es ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team jetzt derzeit. Also, da hätte so ein Darkrai, das hätte einfach die ganze Team-Dynamik nur durcheinander gebracht. Will man nicht. Will nicht. Will man einfach nicht. Aber ist natürlich blöd, weil wir haben noch so wenig Routen und wenn wir jetzt auch die Pokémon immer noch ständig besiegen, was jetzt schon wirklich häufig passiert ist, dann ist das echt blöd. So, ich gucke jetzt nochmal. Hier ist Felsschlundhöhle Route 47. Also, wir versuchen es einfach nochmal, okay? Wünscht mir Glück. Jetzt willst du mir das Spiel aber wirklich heimzahlen, oder? Ja, nee, ist halt nicht so nice. Route 47, oh wey. Ey, ich wollte jetzt schon sagen, ich hätte jetzt sonst einfach von eingesperrt. Kann ja nicht sein, dass sie alle wegge... 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 plagen werden, einfach so. Okay. Wer will denn ein Darkrai, wenn er stattdessen ein Owei haben kann? Ein Owei war es nicht mal. Och, nee, jetzt hör doch bitte auf. Och, Gott. Sorry, aber das ist ja jetzt wirklich maximal nervig. Danke. Route 47, oh wey. Was sollen wir tun? Wir können nichts tun. Wir akzeptieren es, wie es ist. Mit Telepathie, die nur sie verstehen, bilden sie stets eine Gruppe von sechs. Oh wey. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, okay, eins ist ein bisschen kaputt. Okay, da muss ich jetzt aber kurz nachschauen, wie man das schreibt. Spiel ist gut in Rechtschreibung. Hier gibt es verschiedene Schreibweisen. Omelette. Teilweise auch anders geschrieben. Nee, immer Omelette. Omelette. Geiler Name. Gut, ähm, geil war's. Wir werden uns hier noch weiter umschauen. Wir werden Route 48 doch ein Pokémon fangen. Und eigentlich dürfen wir in der Safari-Zone auch ein Pokémon fangen. und dann werden wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen nach Oliverna City, weil wir kein Pokémon haben, was fliegen kann. Ja, nice, freut ihr euch auch, ich freu mich auch. Erstmal bedanke ich mich, dass ihr auch bei dieser Folge mit dabei wart. Lasst gerne ein Like auf die Folge da, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge online geht. Pokémon gibt es immer Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr. und dann könnt ihr gerne bei Twitch vorbeischauen, twitch.tv slash flantastic.tv Da gibt es den Live-Content von mir und wir freuen uns, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Und dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als mich zu bedanken fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.